hallo und herzlich willkommen zu einem neuen angestellt und vorgespielt heute schauen wir uns espresso tycoon an das spiel ist heute gerade rausgekommen und es geht um kaffee und es geht um den eigenen kaffee laden und da ist natürlich völlig klar dass ich dabei bin ich liebe kaffee und ich wollte schon immer mal mein eigenes kaffee haben und ich bin noch nicht ganz abgeneigt von diesem traum und vielleicht können wir die ersten schritte in diesem spiel hier machen um bei mir diesen traum zu erfüllen ich würde vorschlagen wir gucken uns die kampagne an ich habe noch 0,0 reingespielt ich weiß also nicht was kommt aber vielleicht können wir mal kurz gucken ob hier ton ne steuerung grafik allgemein vielleicht sprache ist deutsch 24 stunden uhr finde ich gut geschmeidige strategische kammerbewegung sehr gut gehörmerempfindlichkeit mauszeiger anwenden und schließen und dann geht es rein in die kampagne so 0 von 1 1 von 10 pimp my kaffee wagen fangen wir zum kaffee truck an in kapstadt ok wir fangen mit einem kaffee wagen in kapstadt an wenn es sein muss du hast einen wettbewerb mit dem titel ich habe genug von der arbeit in einem unternehmen gewonnen und der hauptpreis ist die möglichkeit ein praktikum in cafés auf der ganzen welt zu machen deine reise beginnt in kapstadt südafrika wo du das innenleben eines kleinen kaffee wagens kennenlernst und dir gleichzeitig wertvolle geschäftskenntnisse aneignen ist gut wahrscheinlich ist das ein bisschen wie ein tutorial ne unbegrenzte zeit verkaufe fünf cafés mission start okay wir werden wahrscheinlich erstmal lernen wie wir diese ganzen kaffeesorten die es hier gibt irgendwie herstellen müssen naja wir werden mal schauen ich bin gespannt atemberaubende kammerfahrfahrten also ja mit dieser netten jungen dame hier die sehr hübsch lächelt übrigens werden wir jetzt um die welt reisen und die kaffeesachen herstellen okay siehst du diesen bescheidenen kaffee wagen dort drüben beginnen wir damit eine marke für ihn zu schaffen ja man kann kamera bewegen wie als die ranzoomen geht nicht und drehen geht schrittchenweise mit q und e und an gesund brach es weiß so kreiere deine marke es presso tycoon bellet harmony aber das ist das hier okay wir werden erst mal das ganze in blau machen das ist das mister fiers blau falls ihr das nicht kennt schreibt es mal in die kommentare dann erkläre ich euch das wissen wie es dazu kam das finde ich schlimm das sieht schlimm aus das finde ich okay 6000 ja das könnte man nehmen espresso tycoon das auch schön nee wir nehmen mal das mit der bohne war schön weil man ein paar bohnen dabei es passt total cool finde ich gut ist die frage nehmen wir das für alle oder nehmen wir das nur wenn ich mal das hier und wir nennen uns natürlich ähm wie nennen wir uns denn eigentlich so kann ich das jetzt die anpassung der mark ist noch nicht abgeschlossen weil markenlogo ändern ach hier das logo muss ja noch ändern ach ja okay wir nehmen die bohnen den kapp den stern den könig den daumen nach oben dollarzeichen ja gibt mir euer geld maske ist auch schön also ich sag mal so die auswahl ist bis jetzt noch nicht die schönste das ist doch für vita café ist doch hervorragend also markenlogo ändern haben wir gemacht markenname ändern markenschriftart ändern markenfarbe ändern haben wir gemacht schließen markenfenster wenn erledigt ohja wie tauben zu kaffee kaffee tauben trinken kaffee naja wir werden sehen naja ok alles klar ok ok ja und für den fall dass ihr euch hier neu auf dem kanal befindet das angestellt und vorgespielt kommt daher dass ich das spiel anstelle und euch vorspiele ich hätte ahnung von gameplay deswegen wird da nicht so viel draus es gibt eine ganze reihe davon in diesem fall von diesem coffee tycoon oder espresso tycoon werde ich ein paar folgen machen weil das spiel wird mir wahrscheinlich gefallen und ähm so bewege die kamera nach oben nach links nach rechts nach unten kamera links drehen kamera rechts drehen das war ja easy sehr einfach gleich mal aus das ist eine gute idee aber wie mache ich das denn das ist ein bisschen das ist ein bisschen aus wie ein anderes spiel was ich mal gespielt habe da gibt es einen affen jetzt wir diese kamera darf man das wenn man so einen food truck hat darf man dann stühle und tische aufstellen ich würde sagen nein aber Aber wenn bin ich, um das rauszufinden. Ich bin der Perfekte, um das rauszufinden. Das ist die Antwort. Öffne Dekorationsfenster. Habe zwei Tische. Was haben wir denn hier für Tische? Wie bist du mit diesem 80 Euro Tisch? Ich möchte gerne... Oh wow. Das Mausrad funktioniert leider in die andere Richtung. Auch interessant. Ich meine, wir machen mal hier nur so kleine Tische. Aber dafür machen wir mal drei. Okay, wir machen ein bisschen mehr als hier. Habe zwei Stühle. Haben wir eigentlich Geld irgendwo? Oh ja, da 1260. Da müssen wir jetzt mal ein bisschen sparsamer sein. Ist das so? Nee, man muss das wirklich da dran schieben. Okay. Seht ihr ja, wenn ich das hier mache, dann verschwindet das rote X. Man muss den also richtig zu dran ziehen. Na ja gut, warum nicht? Ich denke mal, den Rest machen die Customer nachher. Also die Kunden. Habe zwei Lampen. Lampen. Aber hier sind Lampen. Modelle Tischleuchte. Oh wow. Modelle Stehleuchte. Da ist eine ganze Karte. Übrigens, während ich das hier aufnehme, trinke ich auch gerade Kaffee. Also nicht wundern. Das ist das mittlere Mausrad. Das ist das rechte Mausrad. Vita Coffee. Das gefällt mir gut. Ich hatte erst ein bisschen Zweifel, aber ich glaube, das gefällt mir ganz gut. Die ganze Szenerie sieht gut aus, oder? So. Kaffee zum Menü hinzufügen. Also das hier ist unser Menü. Ah ja. Und da würde man mal sagen, Espresso zum Menü hinzufügen. Zum Menü hinzufügen. March 2 Dollar. Preis 2 Dollar. Was denn die March? Auch geschafft. Easy. Ja, lass uns gucken, wie der erste Kunde hier einen Koffee kauft. Oh, warte mal. Das ist der erste Kunde. Deswegen leuchtet er auch so. Das mit der Taube bedeutet so ein bisschen, die nehmen sich nicht ganz ernst. Was irgendwie auch Sympathisches. Was irgendwie auch Sympathisches, oder? Übrigens hat das Ganze mit dem Kaffee angefangen. Mit, ähm, wie hieß denn das Spiel nochmal? New York Tycoon. Klicke auf den markierten Kunden. Lass uns auch erstmal gucken, was der macht. Also New York Tycoon habe ich super gerne gespielt und mega krasse Kaffeeketten aufgebaut. Ich glaube, da ist es entstanden. Jaha! Dass ich, äh, einen Kaffee haben wollte. Soziale Gruppe freigeschaltet. Lässig. Nimm es locker einen Tag nach dem anderen und schiebe Verantwortlichkeiten auf, bis sie unbedingt erledigt werden müssen. Bean Talk und Beanstagram. Bean Talk und Beanstagram. Oh Gott. Sind das Periskop des Lebens. Okay. Ja, also letzter Besuch hier. Der Preis von Americano ist sehr günstig. Sehr gut. Folge mit der Kamera. Bietet 10 Dollar Rabatt. 0 von 3 Rabatten heute verwendet. Naja, allgemein zufrieden. Das ist okay. Momentan Aktivität sitzt im Kaffee. So, schließe das Kundenfenster. Das ist jetzt nicht die Riesenaufgabe. Ich mag aber dieses, ähm, Konfitte da. Wenn wir den Kaffeepreis erhöhen. Okay. Menü. So, erhöhe den Preis von Espresso. Aber um wie viel schließe das Menüfenster, wenn er dir liegt. Ah, das ist das, was wir gewinnen. Das Spiel wird automatisch gespeichert. Okay. Americano. Ich trinke gerade einen Instant-Kaffee mit Milch. Americano ist was nochmal. Du kannst eine Tasse von diesem Kaffee zubereiten. Erfordert Kaffeebohnen in Gebrauch. Mehr ist Mespresso. 35, 35 Wasserfilter in Gebrauch. Einfacher Wasserfilter. Ah ja. Ich denke, das wird es auch beigebracht. Analyzing Reviews von deinen Kunden kann dir wertvolle Hinweise in, wie zu deinem Geschäft zu entwickeln. Aber nicht über die anderen Kunden. Klicke auf den highlighteden. Klick auf den highlighteden. Ah, hier. Was ist denn mit dir eigentlich? Uh, Hipster. Immer auf der Jagd nach dem nächsten kunstvoll hergestellten organischen cruelty-free fair-trade ethischen und lokalen Kaffee. Da fehlt auch noch ein Vegan, oder? Habe ich das irgendwie... Ist das cruelty-free wahrscheinlich hier? Das ist Marco Polo, ein Hipster. Wie Sie sehen, er mag Kaffee, aber Sie haben keine Becher zum Mitnehmen. Jetzt bin ich mal gespannt. Nehmt ihr die Plastikbecher? Es ist eine gute Möglichkeit, zu lernen, wie zu Suppe zu kaufen. Lass uns Ihren Kunden glücklich machen und ein paar Take-away-Cups für ihn. Ja gut, machen wir das mal. Aber bitte nur die aus Pappe. Öffnen das Fenster Vorräte. Ach Gott, hier sind ja viele. Guck mal, wie viele Buttons es hier gibt. Verkaufte Kaffees, Kunden im Café, Abfall zum Reinigen, Bewertung. Was ist das? Aktueller Geld-Multiplikator. Skillpunkte. What's the heck? Also ich glaube, hier können wir ein bisschen was drin verbringen in dem Spiel. Deswegen würde ich auch von vornherein sagen, wir machen mal so 5, 6, 7, 8, 9 Folgen. Vielleicht auch 10. Wer weiß es schon. Und ab heute würde ich sagen, täglich mit Ausnahme von Sonntag. Okay. Vielleicht auch Sonntag. Mal gucken. So, Einwegeartikel. Simple Tassen, Knallhart wie du, Trophäentasse, Cappuccino. Bestelle welcher zum Mitnehmen. 25 Stück. Knallhart wie du. Eine Einheit enthält 30 U. Okay. Da würde ich doch sagen, hier für 2 Dollar mehr kriegen wir auch 5 Stück mehr. Hier Bestellung. Was kann man denn Priorität für diese Lieferposition erhöhen? Knallhart wie du. Also das finde ich gut hier. Nochmal 2 Dollar mehr. Kriegen wir sogar nochmal 5 mit. Pass mal auf. Trophäentasse. Kann man die sich angucken? Simple Tassen, Knallhart wie du. Ich nehme mal so eine Trophäentasse. Name, Trophäentasse, Qualität 2. in 8 Stunden. Sofort die Gelieferung. 275. Das ist ein bisschen wie bei Amazon. Das können wir gar nicht bestellen. Bestellebecher zum Mitnehmen. Das geht nicht. Warum geht denn das nicht? Dann nehmen wir die zweitschlechtesten. Das können wir auch nicht machen. Bestellebecher zum Mitnehmen. Dann ist es vielleicht nur das eine Frage. Bescheid wir mal. Knallhart wie du. Das setzen wir nochmal einen runter. Trophäentasse nochmal. 2 nach oben. Das würde ich gerne bestellen. Wie geht denn das jetzt hier? Sofort die Gelieferung? Auf keinen Fall. Bestellebecher zum Mitnehmen. Zeig mir wie. So, Vorratsfenster, Fenstersupply. Alles klar. Dann. Jedes Lesezeichner hat verschiedene Produkte, die du bestellen kannst. Du kannst deren Qualitätsstückzahlen und Preis vergleichen. Klicke auf Bestellen, die Details der Bestellung zu sehen. Werde die Anzahl der Einheiten und prüfe die Lieferdauer. Beachte, dass die sofortige Lieferung zwar schnell, aber teuer ist. Aber ich kann nicht auf das hier klicken. Also müssen wir das jetzt nehmen? Na gut, komm. Ist einfach zu trug. Die Suppe sind auf ihrem Weg. Just wait a bit. In the 21st century Drones können your order deliver. In our world people are okay with drone delivery. It's a normal part of our mundane life. Genau. Das ist ein ganz normaler Vorgang in unserem modernen Life. So, das ist hier nebengefallen. Hol das Paket ab, welcher zu mitnehmen. Easy. So, jetzt können wir dem aber sagen hier. Oh ne, warte mal, jetzt geht der hier los. Alles klar. Ich finde es super entspannend. Ja. Okay, aber können wir nochmal, können wir nochmal auf das Menü gehen? Du kannst 0 Tassen von diesem Kaffee zubereiten. Also hier können wir noch nicht genau. Aber das machen wir ja hier 2,5. Wir haben das ja um 50 erhöht. Können wir nochmal die Supplies uns angucken? Was hatten wir denn hier gerade gekauft? Die Trophäentasse für 275. Das müssen wir jetzt mal durch 35 rechnen. Also die 3,5. Oh, ja gut. Also das kann man ja dann irgendwann nochmal gucken. So, klicke auf die markierten Kunden. So, nochmal ne Dame. Studentin. Oder ein Student. Die Nächte durchmachen, als wäre es ein Nebenjob, sich von Rahmen und Koffein ernähren und versuchen zwischen den Vorlesungen den Sinn des Lebens zu finden. Ja, okay. Wir können jetzt Kundenfinster schließen. Also hier sie ist die Studentin. Aber das ist ja hier der Park. Das ist ja nicht meine Aufgabe eigentlich. Oder mal hier. Das ist ja unglaublich. Wie hieß du nochmal? Dana Mulder. Wir wissen, wo du wohnst. Dana Mulder ist übrigens witzig, weil ihr erinnert euch an Act X. Da gab es Fox Mulder, also hier den Agent Mulder und Dana Scully. Das ist jetzt quasi die Kombination aus Dana und Scully. Also Dana Scully und Fox Mulder. Naja, egal. So, das hier wird ein bisschen schwierig hier. Versuche das Spiel anzuhalten. Ja. Aber vielleicht sollten wir uns mal ein bisschen umgucken im Park. Der ist schon richtig cozy. Oh, hier so ein kleiner Wasserfall mit Toilette, die nicht mehr funktioniert. Super. Die kaffee betrunkenen Tauben waren auch super. Nicht so schön. Okay. Das können wir schnell hin. gut. Na gut, wir sind auch tierfreundlich. Öffne das Dekorationsfenster. Okay, hier sind die Dekorations. Können wir jetzt mal hier gucken, ob wir da was für die Kinder, ich meine natürlich für die Hunde finden, also für die Tiere. Sonstiges vielleicht. Habe zwei Hundenäpfe. Kaffeebecher Tuko Rosa. Stilpunkt eins, zwei. Ja. Schicker Hundenapf Rot, schicker Hundenapf, blau, Hundenapf. Ja, machen wir einmal einen hier hin. Und noch einen zweiten. Dann haben wir den nebenbei. Ah, so many happy Dogtails. My boss, Mr. I hate him, tells me I'm needed somewhere else now. I'm confident that you'll be able to complete the mission on your own. Check out the Mission window to see your goals and progress. We'll see each other again soon, I promise. One last tip. Check if you still have coffee beans. Alles klar, Svidi. Wir prüfen mal ganz kurz, ob wir überhaupt noch Kaffeebohnen haben. Das ist aber das Wichtigste überhaupt. Verkaufe fünf Kaffees, das haben wir gleich geschafft. Aber Vorräte vielleicht mal prüfen. Was haben wir denn da? Wir haben Trophäentassen, haben wir eine Menge. Warte mal, Zutaten hier. Einheiten auf Lager, Milchstraße, Uhu, der Milch der größten, Sojamilch, Erdnusseiscreme, ach du heiliger, bin bei Bayonese. Prüfen wir mal eben hier die. Oh, wir haben gar nichts mehr auf Lager. Das heißt, wir müssen einmal hier Einheiten, bestellen wir ruhig mal zwei. Es ist dann gleich auch da, in drei Minuten, sehr gut. Und, was brauchen wir noch? Einen Wasserfilter haben wir noch. Reiner Espresso, den würden wir gleich auch zweimal bestellen. Dreamwave-Bohnen, eine Einheit enthält, 66 Gramm. Lass mal gucken, wir hatten doch, wo ist denn hier unsere Kaffeekarte? Hier den Espresso, der zum Beispiel braucht Mespresso und der braucht auch Mespresso und die einfachen Wasserfilter. Das ist doch gut. So, klicke auf Kunden und ihre Mitarbeitenden. Das habe ich schon gemacht, scheinbar. Kunden können Amerikaner nicht kaufen. Warum nicht? Achso, weil wir kein Mespresso haben. Das wird ja gleich, das wird ja gleich kommen, oder? Wo waren jetzt das nochmal? Äh, wo die Vorräte waren? Das hier nicht. Wo waren jetzt die Vorräte? Hier? Das waren die vier Vorräte, okay. Ja, in 30 Sekunden, das ist ja easy. Und dann in drei Minuten nochmal. Und natürlich auch Vorspulen, damit das Ganze ein bisschen schneller geht. Das Spiel wird automatisch gespeichert, okay. So, zwei sind eingetroffen, wir holen uns die gleich mal. So, gehen wir wieder zum Normalen hin. Was hast denn du? Ach, der in der Mulder. Kostet hier viel zu viel. Oh wow, ein Espresso kostet viel zu viel. Machen wir es mal so. Keine Bewertung, okay. Aber jetzt können wir alles auf jeden Fall herstellen. Wir gucken uns das Missionsfenster mal an. Achso, fünf Kaffees verkaufen, na gut. Aber ich kann es so mitnehmen, bitte. Warum sagt ihr nicht bitte? Warum trinkt ihre Katze nicht aus dem Fressnapf? Monika Garcia. Ja. Der Preis von Amerikaner ist ein bisschen hoch, aber ich habe beschlossen, es da noch zu versuchen. Was zahlt ihr denn? Neun Euro für einen Kaffee? Okay. Rainer Espresso. Espresso. Guck mal hier, der Barista macht das auch richtig. Das ist auf jeden Fall mega nice. Ich finde das gut, auch wenn es nicht so ganz daneben ist. Der Preis von Espresso ist ein bisschen hoch. Ey, wir müssen doch irgendwo von irgendwas leben. Halleluja. 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 Ich finde es nice. Mission abgeschlossen. Gut gemacht. Du hast einen kleinen Schritt als Geschäftsmann, aber einen riesigen Sprung als Praktikant gemacht. Deine Vita Coffee Kaffee Bar in Kapstadt ist ein Ort, an dem Menschen sich entspannen, köstlichen Kaffee schlürfen und Spaß mit ihren pelzigen Freunden haben. Bist du bereit für ein weiteres Abenteuer? Weit, weit weg. Und als besonderes Extra haben wir 2000 auf dein Bankkonto überwiesen, damit du das Café ganz nach deinen Wünschen einrichten kannst. Sehr gut. Auf zur nächsten Mission, würde ich sagen. Ja. Wow. 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 Das klingt, äh... Phoebe klingt so ein bisschen nach Friends. Kennt ihr die Serie noch? Ach, waren das noch Zeiten. Habe eine Gitarre, einen Gitarrenverstärker, Bewertung von 30 erhalten. Besitze Barista, mit der Fähigkeit Kaffee auf Mindestrufe nicht schlecht. Alles klar. Kommt jetzt wieder die nette Frau, die uns ein bisschen was erklärt. Oh no, jetzt kommt erstmal hier diese nette... Ach du heiliger Bim Bam. Wow, aber die Decke sieht schmal aus. Wie war dein Flug von Cape Town? Ich hoffe, du hast 22-Hour-Flights besser, als ich mache. Anyway, hier sind wir in New York. Sie sagen, die Stadt nie schläft. Also es scheint, ein perfektes Platz für eine andere Koffeeshop. Dieses Platz hat Potenzial, aber wir müssen auf dem arbeiten. Natürlich starten mit der Brand. Nun gut, wir machen mal folgendes. An der Stelle machen wir mal Schluss für die erste Folge. Aber die zweite Folge kommt jetzt sofort hinten dran. Die nehme ich jetzt sofort auf und die werde ich auch sofort auf YouTube hochladen und die wird dann, ich sag mal, eine Stunde später erscheinen. Normalerweise mache ich ja so eine Doppelfolge am Anfang. Das heißt, das erste Angestellten vorgespielt ist normalerweise 45, 40, 45 Minuten lang. Aber ich muss mir nochmal einen schicken neuen Kaffee machen, bevor es hier weitergeht und dann werden wir uns ganz speziell um dieses kleine Kaffee kümmern. Also, bis zur nächsten Folge. Euch einen guten Kaffee. Macht's gut. Und, bis zum nächsten Mal.